Noch einen Schlaftuch und ein, eine Tasse Tee, Zucker und Kaffee, und ein Gläschen Wein, und ein Gläschen Wein. Mädchen, ich liebe dich, aber heiraten, das kann ich dich nicht. Warten noch ein Jahr, dann erzählen wir mal, dass wir wählen ein Paar. Dass wir wählen ein Paar. So, unser nächstes Stück wird sein, und zwar, ihr wartet bestimmt alle schon mal in Südtirol. Da gibt es einen Komponisten, der hat in den Bergen Südtirols gesessen, einen ganzen Tag lang, hat die ganze Stimmung auf sich zukommen lassen. Morgens so bei den Nebelschwaden, mittags kam dann die Sonne zum Vorschein. Das hat er alles in Töne ausgedrückt. Lasst euch einfach faszinieren von dem Stück Lenia Calastoria in latinischer Sprache. Viel Vergnügen!